Besser nicht die Stimberries essen. Warum? Sagt der Onkel. Die Stimberries sind jetzt genau welche? Das sind die Eier. Achso. Achso, aber die machen doch satt. Aber gut, die nehmen dann den... Onkel, vielen Dank für deinen Follow. Aber warum? Warte, achso. It will dehydrate you. Ja, ja, gut, das haben wir aber schon gemerkt, ne? Äh, Dodo? Mist. Siehst du mein Feuer? Ich gucke gerade nicht, ich suche gerade den Dodo. Der Rob, wie Rob ist das? Wo ist der Dodo hin? Der war doch hier an irgendeinem Holz, ähm, Rest. Da. Kann die mal was essen hier? Put Food in Inventory. Ach nee, komm. Tut mir leid, Kleiner. So, ich lasse halt mal nicht die Peter sehen. Ja, okay. Ähm, okay, die Stimberrys ziehen einem also Wasser ab. Gut zu wissen. Ähm, dein Feuer sehe ich genau gar nicht. Ähm, warte mal. Da hinten leuchtet was, aber das ist zu weit weg. Was ist denn das? Was leuchtet denn da so? Das weiße? Ach, das sind die Sterne. Ähm, ich versuche mal hier auf den Felsen zu kommen. Ich sehe hier auch kein Feuer. Komme ich da hoch? Ich glaube nicht. So, ich habe zumindest ein Miet. Ja, ich auch. Er ist da schon mal etwas. Kann ich hier vielleicht schon eine Axt bauen? Mir ist kalt. Eine Hose. Eine Hose wäre nicht schlecht. Hut habe ich. Ach nee, der macht das Scheuer aus, ne? Wenn so weit ich Holz wieder rausnehme, ne? Ja, das letzte verbrennt noch und dann geht's aus. Ach, Herr Bruder, ich kann ja genug Holz sammeln. Feet und Hands. Hands geht nicht. Und Feet, wo ist denn? Auf Flind. Geht auch nicht. Ich habe überall ein Heid für. Und hierfür brauche ich noch Wood. Achso, eine Axt. Was ist denn mit einer Axt? Die geht. Super. Da muss ich ja hier rüber. So, dann habe ich jetzt die Tinto-Berries und die Mayo-Berries. Mejo-Mejo. Ach, ja. Ich muss mir jetzt echt mal doch ein Lagerfeuer machen. Nein, Holz. Holz geht schnell, Holz. Da. Da ist mein Feuer. So. Gut, dann würde ich sagen, wir versuchen die Nacht wieder zu überleben und dann... Wieder? ... am nächsten Tag. Ja. Na gut, die Nacht haben wir überlegt. Der Folgetag ist meistens das Problem. Überlegt, überlebt. So, Inventory. Gut und Fiber. Holz. Fleisch. So. So. Ich wärme mich jetzt erstmal auf und mache mir ein bisschen Fleisch. Steak auf den Grill gehauen. Oh, lecker. Neben dem Grill gekackt. Ja, ich auch. Direkt so vorne rein, hinten raus. Ach, was mach ich denn hier? Ach, jetzt haut doch nicht mit der Faust da drauf. Da ist. Meine Güte. Doof. Kann ich sonst noch was craften? Klar, hab ich. Hab ich. Ah, nicht erschrocken. Fackel wäre nicht schlecht. Ah, wut. Wut geht. Hä? Bringt die Kohle eigentlich am Ende was? Keine Ahnung. Vielleicht ein Farbstoff oder sowas. Guckt, Miet hab ich. Hut ist... Jo, ist knapp. So, Feuerhaus. Jetzt mach ich mir mal eine Fackel. Die müsste ja eigentlich direkt da unten erscheinen. Ich hab jetzt ne Wasserflasche. Jawohl. Ne Wasserflasche, cool. Mir fehlt Heid. Du bist ja auch nicht in der Dodo-Area. Um zwei Uhr da noch zu sein. Dodo-Area. Ja doch, da waren doch hinten. Da war auf jeden Fall noch ein anderer Dodo. Ja, dann hättest du doch eigentlich noch was sammeln können. Kann ich die hier mit? Ja, geht. Zweifel. Nero. Runter. Wuff. Oh oh, ich hör was. Also wenn's nicht leuchtet, bin ich's ich. Ja, das war aber ein Geräusch, was du wahrscheinlich nicht warst. Ich hör aber ein Dodo. Level 1. Da brauchst du nur einmal draufhauen. Nee. Ich hab da mit der Fackel verdroschen. Kann ich hier eigentlich auch? Ja, echt. Mist. Zweimal Fleisch. Aber das kann ich mir eigentlich auch direkt auf den Grill kloppen. Ein bisschen Holz. Oh. Hä? Hm? 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 Achst du das? Er ist gut bei mir. Aha. Nämlich mal die. Heid, jawoll. Die Axt bringt glaube ich Heid. Level 5 Ist mir wieder kalt. Ist ja mein Feuer jetzt. Boah, ich hab heute wieder einen Orientierungssinn wie sonst was. Mach mir jetzt ein Hemd. Ich seh dein Feuer. Ja. Ich komme, ich komme, ich friere, ich komme. Ich muss essen. Achso, ich hab ja noch hier. Haps. Haps. Doof. You're tired. Ja, und da ist das Steak schon direkt auf dem Strand gelandet. Ich seh dich. Hi. Wurde auch Zeit. Darf ich mir da mal ein bisschen Feuer rein, äh, ein bisschen Fleisch reinkloppen? Ja. Perfekt. Ach, bin ich blöd. Ach. So, und jetzt mache ich mir nämlich auch ne... Geht das nicht weg? Doch, jetzt. Wasserflasche. Mach ich mir ne Wasserflasche? Ich mache jetzt ne Wasserflasche. Und Schuhe gehen nicht, aber dafür... Schuhe weiß nicht. Oder? Ne. Na klar. Aber dafür schon mal Handschuhe. Wasserflasche. Ähm... Wasserflasche da. Gut. Guckt Meat. Guckt Meat. Kann ich mir mal direkt reinpfeifen. Aber wirklich viel bringt das auch nicht? Ich... Du musst schon ein paar Stück essen. Ja, es geht ein Drittel oder... Also zwei Stück ein Drittel. Ne Ahnung. Ach, jetzt der Kalt kommt. Ich geh... Ich geh einen Meter vom Feuer weg. Kolb. Naja. Ich hab ja noch genug Beeren. Die kann ich mal so langsam ein bisschen... hier reinpfeifen. Habe ich das eigentlich gemacht mit dem Hut? Ne, hab ich nicht, siehste. Ne, du hast keinen Hut an. Zack. So, jetzt. Yeah. Jetzt schieb ich mir mal so ein paar Beeren in den Hut. Was machst du denn? Guck was. Da ist ne Schildkröte. Aber... Die hat mich beim letzten Mal so weggenetzt. Bitte. Die ist Level 15 oder so. Okay. War das die? Ich glaub das war die. Boah ist das warm. Ja, ich krieg auch einen guten Schwall von unten hier immer. Ja, warte mal. Ich muss einmal raustappen. Mal was gucken. Läuft das eigentlich? Ne, hab das Standbild, ne. Schade. Oh. Geht aber. CPU 50%. Trotz Doppeltencodierung. Dreifach. Nicht schlecht. So. Oh, der Mond geht unter. Ich kann mir hier nochmal so zwei, drei Steinchen nehmen. Kann man den so nehmen? Boah. Dicken Klopper in die Tasche. Ah. Hä? Ich bin's. Nein. Ich mach hier grad was. Achso. Zack, zack. Okay. Kann man noch. Ähm, ja, hide. Wir können ja gleich mal gucken, ob die Dodos da hinten wieder respawnen. Ja, also eben waren da geradeaus noch ein paar. Jetzt sagt ja mein Gewicht. 33. Ähm. Na gut, zwei hab ich ja jetzt weggekloppt. Äh. Ey. 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 Nicht so fresh. Ich sammle noch ein bisschen Fiber. Jetzt wird der doch nicht so kalt. Dann geh ich zurück zum Feuer und dann ist doch gut. Na gut. Dann mach ich das aber aus. Kann man ein bisschen Holz sparen. Aber auch noch ne Fackel. Wir müssen Rohstoffe sparen. Das Green Survival. Hm. Aber. Es sind ja doch so viele Bäume da. Ja, ja. Ja. Das denkt man anfangs immer und dann sind sie alle weg. Dann craftest du ja den ersten Bulldozer und dann geht's hier ab. Weil der Bulldozer hier wohl Mammut heißt. Ja, aber dann... Das ist doch super. Wir brauchen auch ne Menge Thatch, glaub ich. Jetzt hab ich dir deinen... Hey. Ich glaub auf Twitch sieht man jetzt gerade nur irgendwie einen schwarzen Bildschirm. Ähm. Wieso merk ich mir nie wo das Feuer war? Ist das das Feuer? Ja. Okay. Thatch. Thatch geht am besten mit den Spitzhackeln, ne? Schon. Ne. Dann holz ich mal hier. Lass mal eben eine Zinkflasche auf. Das ist eigentlich ne gute Idee. Nicht gleich, wenn die Bäume hier kaputt sind. Oh, hier gibt's echt viel Thatch. Das ist sehr gut. Gut. So. Der hin auch noch. Okay. Ähm. So ruhig hier. Ach ne. Da hinten fallen Bäume. Warte. Ui. Bist du das? Jaja. Das sieht aus, als wird da irgendetwas Monströses durch den Wald laufen. Das ist cool. Oh nein, da kommt was, da kommt was. Oh. Ein Dodo! Nutz um. Ich wollte auch nochmal da hinten gucken, ob die vielleicht wieder spawnen, die Dodos. Weil... Nein. Warum rennen die immer ins Wasser? Wenn ich die jage. Jetzt schwimmt der weg. Nein, der schwimmt wirklich. Aber immerhin noch einen Halt. Vielleicht sollte ich dann einfach mal in die andere Richtung stoßen. Da ist noch einer. Ja. Oh. Hier sind wieder Dodos. Ja, sag ich doch. Ähm. Upto Level 3. Ich hab keinen Speer. Wie ist denn das? Ach, der craftet dann automatisch. Ah. Okay. Das wusste ich auch noch nicht. Komm her, du. So. So. Oder? Tot. Du? Nein, der Dodo. Halt. Hier war da noch einer. Komm, ich weiß doch, du bist da... Ich wollte grad sagen, du hast dich jetzt nicht von nem Dodo filmen lassen. Ne. Oh, hier sind zwei. Putt, putt, putt. Hä? Wo ist der Dodo hin? Du bist schon panisch weggerannt. Ach. Komm her. Yay. Oh Gott. Dodo-Killerin. Der Dodo ist weg. Level 40 Dodo. Wir sehen. Oh Gott. Was mit. Vielen Dank.